Ja, da habt ihr ihn gehört. Der Beikelmuffer. Ja. Beikelmuffer, der immer auf Käthe hängt. Wie ein Dackel am Knie. Muss man sich mal bildlich vorstellen? Ja. Und da hören wir seine Musik und er ist kein Unbekannter im Yacht-Universe, Ladies and Gentlemen, er ist der Hausmeister, er sorgt für Recht und Ordnung, er bestraft diejenigen, die einfach ihren Becher auf den Boden werfen, er ist von der Evolution of Pain, der Evolution der Schmerzen, er war Tag Team Champion, er war bereits YouTube Champion, er ist gefürchtet im Yacht-Universe, ich präsentiere euch auf dem Weg zum Ring, Anderson Styles. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und jetzt wird sich Backstage einige Wrestler zusammentun und in Gedanken genau bei ihrem Schützling sein, denn es gibt ein Stable, das einen zusammenhält, wie kein anderes zuvor. La Familia von der MWO, meine Damen und Herren, macht sich hier auf den Weg in den Ring. Einer der gefürchtetsten Stars im Yacht-Universe, einer lebenden Legende, Ladies and Gentlemen. Ehrfürchtig präsentiere ich euch auf dem Weg zum Ring, den Riesen, den Koloss Kronos. Einer der Führung des ZDF für funk, 2017 Und jetzt wird es ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Einer der Führung des ZDF für funk, 2017 Andersen, stopp! Ganz kurzer Kommentar, wenn, äh, außerhalb, wenn ich bei WhatsApp manchmal deine Sprachnachrichten höre, da muss ich manchmal lachen, weißt du warum? Ich stelle mir immer den Kronos vor, wie der Latt sagt, was du sagst. Voll komisch, ich habe immer das Bild vor Augen. Wenn meine Stimme passt leider nicht ganz so gut zu Kronos, ist super weit. Ich finde schon. Also zwar nicht so, wie man offiziell denken würde, aber, das hätte was. Ja, da seht ihr den Titel, um den geht's. Der wird aufs Spiel gesetzt. Andersen Styles, Nummer 3 der Rangliste, Kronos aktuell Nummer 1 der Punkt der Rangliste. Das kann entspannend werden. Auf jeden Fall, mit den zwei großen Sparks, die wir haben. Das sehe ich genauso. Styles sehr stark Punkte geholt, hat die Tausender Marke geknackt. Ich weiß gar nicht, ob die veröffentlichte Liste auch schon, ne? Ja, ich denke mal schon. Wenn nicht, er hat die Tausender Marke geknackt. Kronos auch. Ja, direkt John Kava gezeigt auch. Ich verleige mich vor Gauna Place, danke schön für deinen Follow. Ich zeig dir schon mal direkt ganz klar, wo es lang geht. Mit dem Andersen Styles. Aber Styles sehr caos klar. Da darf man sich nie zu sicher sein. Sie hat immer was in der Hinterhand. Ei, ei, ei. Ab in die Ringecke. Das war jetzt jetzt in der Kontrolle. Aber Kronos auf Zack mit dem Back Suplex. Les Styles hier gar nicht ins Match kommen. Kennt natürlich die Gefahr. Die beiden kennen sich schon lange. Kronos weiterhin am Zuge hier. Lässt Styles nicht den Hauch einer Chance aktuell. Wenn du nicht gefällt, kannst du gerne gehen. Ja, ich frau, warum ist er denn dann auch hier überhaupt? Ich hab auch gerade schon geschrieben. Ist langweilig. Soll man irgendwas mal hier auf WWE 2K16 klicken? Da werden die auch andere Streamer angezeigt. Es gibt echt tolle Streamer. Finde ich hier auf Twitch. Aber machen wir weiter mit was Interessante mit dem Match hier. Styles gegen Kronos. Moment, so wie ich das gesehen hab, sieht's für Styles nicht besonders gut aus. Naja, aktuell wird auf seinen Kopf etwas in die Mangel genommen. Das wirst du gleich sehen und da... Ja, ich glaub nicht, dass... Ich glaub, du siehst das eh nicht so, wie ich da, zwischen den Clown von Kronos seinen Kopf zu haben. Das ist sicherlich unangenehm. Ja. Cover von Kronos. Und da... Au! Drei, aber das war ein bisschen kontrovers, was wir da gesehen haben. Ehrlich, da bin ich gespannt, was du dazu sagst, wenn du das gleich siehst. Das ist natürlich ungünstig. Ich muss mir mal wiederholen und klack mal mal angucken. Ja? Das war knapp. Das ist natürlich für Emerson Styles jetzt natürlich ein Schlag ins Gesicht. Ja.